Weißt du, Herodes, wenn sich in deinem Leben ein Gefälle vor dir auftut und du nicht weißt, wie du es überwinden sollst, dann solltest du versuchen, es einfach unter einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Denn wenn du genau hinschaust, kann ein vermeintliches Gefälle plötzlich zu einer völlig planen Ebene avancieren. Weißt du, es ist nicht immer alles schwarz und weiß. Manchmal gibt es auch ein paar Türstufen dazwischen. Ich habe dir das Grau gezeigt. Hindurchgehen musst du alleine. Du wirst es schon bald verstehen. Ich weiß, es tut weh, aber der frühe Vogel fängt den Spatz und der Wurm ist im Holz der Tatsachen auf dem Boden.